Neue Leute kennenlernen, Netzwerke verbinden, Visitenkarten austauschen, sich bei gleichen Problemen austauschen, auch auf Augenhöhe begegnen. Management Input bekommen ist für mich ganz wichtig und ich denke, das kann ich hier erreichen. Von daher, tolle Sache. Hier in diesem wunderschönen Hotel treffen sich heute etwa 60 Mitglieder unseres Netzwerks Personal. Im Mittelstand und die kleinen Betriebe, die hier verdreht sind, haben gar keinen reinrassigen Personal. Oft sind es die Chefs. Was wollen die hier? Die wollen ein besseres Recruiting. Das kann man lernen. Sie wollen vor allem diese A, B, C-Denke. Also A zieht den Karten, B geht nicht her, C setzt sich oben drauf und lässt sich ziehen. Das wollen sie weiter verstehen, weil sie haben verstanden, ein A, der bringt die Firma so nach vorne und ein C, naja, der bringt die Firma halt so nach unten, der raubt die Kasse aus. Ja, also das Experten-Netzwerk an sich hilft mir sehr weiter, weil man immer wieder das Gelernte auffrischt. Deswegen nehme ich seit letztem Jahr eigentlich daran regelmäßig teil und freut mich immer wieder, die ganzen Gesichter auch wieder zu sehen, die man schon kennt und dann natürlich auch neue Leute kennenzulernen. Das bringt die Menschen in dieses Netzwerk und das ist, warum die Menschen hier so begeistert dabei sind. Dann hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ungefähr das Vorstellung davon, was sie zu tun hat. Aber man hat selten miteinander darüber gesprochen, wie es zu tun ist. Warum, wozu machen wir das Ganze, wie sind Aufgaben verteilt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren beim Netzwerk dabei und mir würde was fehlen, wenn ich nicht dabei sein könnte. Einfach der Austausch untereinander ist mir so viel wert, dass ich wirklich jeden Termin immer irgendwie einrichte, egal wie, aber es passt. Ich bin schon seit einigen Jahren Mitglied im Netzwerkpersonal und ich bin Personaler aus Leidenschaft und Berufung und mir bringt das Experten-Netzwerkpersonal ganz, ganz viel. Einmal der Austausch mit netten Kollegen und zu anderen auch immer wieder Input von anderen Personalern und Entscheidungsträgern im Betrieb. Wir treffen uns nicht nur zweimal im Jahr. Wir haben vor allem für jedes Mitglied jeden Monat ein Care-Paket, wo wir Bücher drin haben, wo wir digitale Tools drin haben. Alles das, was man eben für eine bessere Personalpolitik braucht. Ich komme gerne zum Netzwerkpersonal der Firma Tempus. Es ist für mich ein absolutes Must-to-help, zweimal im Jahr dabei zu sein. Ich treffe dort Menschen aus einem anderen Geschäftsfeld wie aus dem Sozialbereich, wo ich ansässig bin und ich freue mich jedes Mal auf diesen intensiven Austausch. Ich habe jedes Mal wieder was mitgenommen. Ich gehe sogar auch jedes Mal morgens mit zu Tempus, um mir das nochmal anzuschauen. Ich habe auch heute wieder was entdeckt, was ich bei uns als nächstes umsetzen kann. Ich habe auch heute wieder was mitgenommen.